Ich hab da auch noch was für dich, ne? Trinken? Trinken? Pass auf! Erdank ist ja schon hier so richtig in der Firma schon so lange rum, auch in der Mittagspause. Ich würde ankündigen, den gemeinsamen Weg vielleicht weiter zu gehen. Mach's mal richtig vom Leder. Guck mal, ich hab's richtig gemessen. Mit, Leute, und jetzt... Oh! So!